Schade, dass ich mir diese Geräusche ins Einzelne abschalten kann. Ich finde es sogar eher gesagt auch ein bisschen doof. Ich glaube Notch wird mir so oder so nicht zuhören. Aber ich würde mir es echt wünschen, wenn man die einzelnen Sounds auch noch abschalten kann. Aber ich glaube, ich kann mal auslöschen aus der Char-Datei. Eigentlich normalerweise schon. So, finde ich jetzt wieder hier raus oder soll ich mich gleich hochgraben? Ich glaube, ich finde hier raus. Na, hier geht es nicht weiter. Na toll. Ja, wenn ich oben angekommen bin, dann ist erstmal für heute Feierabend. Weil dann gehe ich mit Schlafen. Geht es hier noch irgendwo hin? Ne, da ging es nicht dahin, wo ich hinwolle. Oh Mann, wie komme ich hier wieder raus? Aus wie eine Treppe, aber das war es wohl nicht. Da komme ich auch nicht raus. Da geht es auch nicht lang. Ja, ich glaube, da bin ich hier total falsch gegangen. Äh, ja, wo komme ich jetzt hier raus? Ich gehe mal hier lang. Ich glaube, hier kann man anfangen hin, oder? Das ist ein Schien. Na komm. Egal, ich nehme es einmal mit. Ich bin da noch nicht ganz voll gelaufen, von daher ist es egal. Ich glaube, da ist es wieder in der Kiste. Oh ne, oder? Ne, komm, komm, komm. Ich gehe lieber. Sehr schön, komm, dass ich heute noch hier sterbe mit der ganzen Menge Zeug, was ich dabei habe. Ne, ich gehe jetzt nicht lang. Ich will jetzt einfach nur zurück. Na, gehst du jetzt da lang? Geschwinde. Na, hier ist es mal nix. Seht ihr ja? Ich bin so knüppelvoll. Ich weiß gar nicht. Ach, da komme ich ja, glaube ich, her. Ich weiß gar nicht, äh, wo ich, ja, noch alles ablagern soll. Ich habe keinen Platz mehr. Ne, da gehe ich jetzt nicht runter. Muss ich jetzt lang, verdammt. Ach, hier oben? Ich hoffe, hier oben lang. Ich hoffe es. Ich muss endlich zurück. Ich bin so voll. Wenn ich jetzt sterbe, das geht auf keine Kuhhaut. Ich muss jetzt wieder heim. Ich glaube, ich finde den Weg überhaupt mal. Das kann auch wirklich lang gelangen. Weil immer so viele Gänge lang geht. Ach, du Scheiße. Also, ich kann mir schon echt viel merken. Aber das, oh, das kommt mir bekannt vor. Äh, aber das kann ich mir echt nicht merken. Ach, ne. Scheiße. Missverdammt. Schittekram. Wo muss ich jetzt lang, verdammt? Natürlich verlaufen in dem Riesending. War mir fast schon klar. Wir gehen mal hier lang. Solange ein bisschen Weg gefunden habe. Hier ist auch nix. Und da ist auch der falsche Weg. Verdammt. Mist, verdammter. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Nicht, dass ich hier volllaufe. 62 Kunde. Ich glaube, ich muss langsam mal ne Pause machen. Sonst ist mein Speicher voll. Dann hab ich ein Problem. Ich glaube, ich finde jetzt hier ruckzuck den Weg. Dass ich wieder heimkomme. Ich glaube, hier bin ich rübergegangen. Ich hoffe es. Ich glaube, ich kam hierher. Oder hab ich mir das gerade zugebaut? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab echt... Oh, ne. Das ist der falsche Weg. Verdammt. Mann, ich will jetzt wieder nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Ach Mist, das ist auch der falsche Weg. Verdammte Hacke. Wo muss ich denn jetzt lang? Also wenn ich... Oh, da ist Eisen. Wenn ich echt gleich die Schnauze voll hab, dann grabe ich mich einfach raus und dann ist es auch wieder gut. Komm, ich geh mal hier lang. Ne, da kam ich her. Äh. Ne. Hier runter ist auch Schwachsinn. Hier hoch. Ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich... Bei so einem Weg... Ah je, da bin ich schon wieder in den selben Weg gegangen. Verdammt. Rechts lang. Tja, finde ich den Weg nochmal raus? Oder muss ich echt... Herrgott. Muss ich mich echt rausgraben? Ist auch noch ein Weg. Ich glaube... Geht es hier weiter? Mann. Ich will endlich wieder raus hier, verdammt. Da kam ich gerade her. Da will ich gar nicht nochmal langlaufen. Da habe ich einen Spawner-Zug gebaut. Moment. Das habe ich doch gar nicht am Anfang gemacht. Also fast am Anfang. Moment. Ich glaube, ich habe den Weg gleich wieder gefunden. Was haben wir denn hier? Och ne, nicht schon wieder hier. Verdammt. Mist, verdammt. Wie kam ich jetzt hier raus? Das ist doch echt Mist. Ja, hier hoch bin ich wieder gegangen. Das ist klar. Aber da bin ich ja falsch dann. Verdammt. Muss ich denn jetzt lang? Da kam... Da bin ich langgegangen. Da war noch Schien. Hier hoch geht's noch. Da geht's auch noch irgendwo lang. Halt, da kann ich wieder hoch. Das ist der falsche Weg. Ach ja. Echt schon heftig. Wenn man so gierig ist und dann nicht langläuft. Moment. Muss ich hier rüber? Kann auch noch kaum sitzen mehr. Na, ich habe schon richtig Platz gesessen. Tja. Hier bin ich auch noch nicht gewesen. Na komm, wenn ich einmal hier bin, gehe ich noch weiter. Immer weiter. Wenn ich dann irgendwann die Schnauze voll habe, dann gehe ich einfach nach oben. Oder mache ich hier Aufnahme, Stopp oder wie auch immer. Weil die Schienen, das ist einfach zu kostbar. Da schmeiße ich sogar die Cobblestone weg. Und nehme die Schienen mit. Wenn ich jetzt nicht gleich hier wieder rausfinde, dann kriege ich aber echt die Krise hier. Ich habe auch keine Map mitgenommen, mich blödmann. Ich hätte vielleicht eine Map bauen sollen. Kann ich hier nicht bauen? Ach Mist, jetzt bin ich wirklich vollgelaufen wieder. Dann schmeiße ich mir die einmal weg. Und dann ist es auch wieder gut. Jetzt muss ich überlegen. Kann ich eine Map bauen? Redstone habe ich vier dabei. Wäre möglich. Dann würde ich sagen... Ja, das brauche ich gar nicht. Ich brauche noch eine Workbench. Die brauche ich mal genau hin, dass mir keiner jetzt rüberkommt. Redstone glaube ich einmal in der Mitte. Und dann vier Eisen. Gut, dann muss ich erstmal einen Ofen bauen. Moment, ich muss gerade mal was gucken wieder. Nicht, dass ich hier... Gut, geht immer noch. Ich habe noch ein bisschen Platz auf der Platte, dann ist es ja okay. So, dann Ofen dahin. Und erstmal... Obwohl, ein Kohle wird wahrscheinlich reichen. Ich brauche Eisen. Glaube ich vier Stück brauche ich. Eins, zwei, drei, vier. Ach, für die Karte brauche ich ja... Oh Mann, ich habe ja kein Papier dabei. Aber wir sind Kompass. Obwohl, Kompass bringt mir auch nicht viel. Scheiße. Mist. Verdammter. Fuck. Ich habe kein Papier. Ich kann mir auch kein Papier craften. Da muss ich ja Bambus haben. Das Zuckerrohr glaube ich war das. Oder? War das Zuckerrohr? Ich glaube schon. So wie ich mich erinnern kann, war das Zuckerrohr. Na komm, solange wie das Eis noch brutzelt, haue ich halt noch Eisen drauf. Weil ich will ja so oder so... Obwohl, ich kann mir Diamantschwitzhacken bauen. Hm, möchte ich das? Nö, möchte ich eigentlich noch nicht. Ich möchte erst noch ein bisschen behalten. Oh, boah, das ist lange. Na ja gut, dann mach ich erstmal einen Kompass. Vielleicht finden wir doch irgendwo... Oh, ich habe ja einen Kompass. Aber ich will halt mir eine Karte bauen. Das Eisen... Hm, baue ich das gleich um. Weil das Lab ist Lazuli. Ich glaube, das werde ich gar nicht gebrauchen. Ne, komm, ich schmeiße Cobblestone weg. Ist mir jetzt auch egal, ob ich es neu abbauen muss. Es ist mir einfach nur egal. Echt, juckt mich nicht. So, dann würde ich sagen, dann packe ich die Schienen mal da hoch. Dann ist das nämlich einheitlich. Dann das hier rüber und das hier auch hier dahin. Hm, Reds... Äh, Fackeln. Ach, die Scheiße, habe ich da viel gebaut. Fünf Stück. So, haben wir vier Eisen wieder. Und dann würde ich sagen, ich baue mir jetzt... Gleich nochmal... Ne Spitzhacke. Wo ich ja noch... Na komm, ich baue mal einfach an. Ist egal. Äh, habe ich auch ne Stöcker? Ne, habe ich nicht. Dann komm, wir lassen was. Den Ofen. Komm, wir lassen stehen. Scheiße Hund drauf. Echt. Ist egal. Ich möchte aber trotzdem einfach... Hier raus. Äh... Äh, ne. Äh, ich möchte da nicht runter. Nein. Ich will ja nicht runter. Den zerlicht. Ist das von mir gesetzt? Oder ist das von ihm anders da gesetzt? Ne, ich glaube, es ist von ihm anders da gesetzt. Gesetzt. Den Cobblestone, echt. Das ist mir echt sowas von shit egal. Ihr könnt euch jetzt gerne an den Kopf schlagen und denken, oh, der hat die ganze Zeit Cabblestone abgebaut. Nur um die Schienen mitzunehmen, schmeißt das Cabblestone raus. Ja, aber überlegt mal, wie viel Holz für das Cabblestone drauf... äh, für die... für die Schienen drauf geht. Und wie viel Eisen besonders drauf geht. Überlegt doch mal. Genau aus dem Grund mache ich das. In keinem anderem Grund. So, und jetzt komme ich endlich hier mal irgendwie raus oder so? Oder... Das ist nicht möglich. Gut, wenn ich eine Truhe kriege, das entschädigt natürlich einiges. Aber... Trotzdem bringt mir das nichts, wenn ich bald knüppelvoll bin und nichts mehr wegschmeißen kann. Also ich gehe jetzt nicht noch weiter runter. Die Höhe ist echt schon... Das ist schon krass genug, wo ich hier bin. Ich glaube, es reicht mir auch gleich, dann gehe ich einfach nach oben. Oder suche mal eine Höhle und gehe dann nach oben oder was auch immer. Wie viel in die Schienen finden, nehme ich natürlich gleich mit, das ist klar. Und nicht ohne uns wieder da rumfliegen lassen. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann kommt mir auch keiner von hinten hingegen. Kann die Schienen weiter abbauen. Ah, ja. Da kann ich mir eine schöne Strecke von bauen. Ist das nicht... Ist doch nicht übel. Ja, natürlich die Powered Rail, wie die heißen. Die Mützchen... Oh je, da ohne geht es auch noch weiter. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Minenschacht? Alter, das ist echt heftig groß. Das gibt es ja auch nicht. Echt krass. Oh, das ist eine Spinne. Da hat ja keiner unten bleiben. Da will ich auf den Sack gehen. Bleibt bloß da unten. Ich wundere mich nicht, ich dachte mir hier schon... Oh, ich muss was essen. Njam, 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 njam. Lecker, lecker, lecker. Lecker Hühnchen. So, dann haben wir es ja gleich geschafft. So, die Schäden werden weg. Oh, da ohne geht es noch weiter. Oh, ich bin... Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße, geh weg da. Oh, jetzt habe ich aber Schwein gehabt. Verdammte Hacke. Zwei Krippe. Ey, das war mir so klar. Das war mir echt sowas von klar. Dass wir irgendwann Krippe erwischen. Naja, jetzt ist auch egal. Jetzt sammle ich weiter auf. Zum Glück habe ich... ...den ein bisschen zurücktrashen können. Ich glaube, sonst wäre ich... ...sonst wären geflogen. In 1000 Fetzen wäre ich, glaube ich, geflogen. Na, lässt du mich mal runter? Naja, baue ich ja weiter. Das hier ab. Mann, 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 Mann. Das kommt davon, wenn man immer zu viel... ...Zeug bei sich hat. Das merken die Viecher und dann... ...kommen sie an und wollen nicht dann... ...ja, umbringen. Aber ich glaube, es reicht auch gleich. Also wenn nicht, sobald ich so schien... ...und alles voll habe, alle Items voll habe... ...nix mehr wegschmeißen kann, gehe ich so oder so dann hoch. Dann ist es vorbei. Dann muss ich sehen, dass ich irgendwie hochkomme. Egal, wie ich es dann mache. Äh, das ist mir dann... ...relativ Latte. Aber ich muss dann auf jeden Fall hoch. Weil der immer noch schmacht. Ich könnte noch eine rauchen. Oder ich könnte jetzt eine rauchen. Eher gesagt. Aber... ...ich spars mir noch ein bisschen auf. Oh Mann. Wir haben fast zwei Stunden... ...fast für wieder eine Stunde aufgenommen. Und ich habe vor... ...vor ca. eine Stunde gesagt... ...ja, ich möchte eigentlich eine Pause machen. Eine Aufnahmepause. Weil ich eigentlich... ...morgen aufstehen müsste. Ja, so ist Minecraft. Kann ich nicht anders sagen. Das ist Minecraft. Das ist halt normal. Das zieht einen. Boah, was ist denn hier los, ey? Mann, ey. Das ist doch unnormal. Also echt. Ohne Kack jetzt mal. Das ist... ...krank ist das. Und ich habe jetzt gleich die... ...den Rüssel voll und gehe gleich einfach so hoch. Zeig mal das Item. Äh, Inventar. Ach du Scheiße. Also... ...mehr wie voll geht doch echt nicht. Äh, ich kann nicht mal das... ...doch so. Wollte gerade sagen. Äh, ja. Ich finde natürlich auch kein Bambus. Das wäre natürlich jetzt perfekt, wenn ich Bambus hätte. Könnte ich Papier bauen. Könnte ich mir eine Karte bauen. Oh, ich gehe da nicht noch weiter. Mann, das ist doch krank hier. Ist das doch. Die Lava muss weg. Geh weg. Na? Zwei Stunden später. Was ist denn jetzt hier? Hallo? Bist du jetzt gleich mal weg oder so? Na, hier war noch Eisen. Ist aber jetzt egal. Will ich hier nicht noch länger rummachen? Also ich habe jetzt echt... ...langsend die Schnauze voll. So, ich sammle jetzt so... Ich sammle jetzt echt nur noch so viel ein, wie noch geht. Und es ist echt nicht mehr viel. Dann ist, äh, Schluss. Ich habe schon das ganze Couplestorm geopfert, was wir schon mühsam gesammelt haben. Das war's. Komm, meinen Platz habe ich gar nicht. Nur ein bisschen für Eisen habe ich noch Platz. Und dann ist aber echt... Äh, ich glaube, da kommt was. Ja. Ich baue das jetzt lieber zu. Weil ich will jetzt nicht... Ich will jetzt echt nicht sterben. Ich habe da keinen Bock jetzt drauf. Wo bin ich denn hier? Äh. Ey. Geh mal auf den Sack hier. Hast du mich verstanden? Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Du musst noch Eisen. Und Gold. Aber Gold... Kann mir mal Buckel runterrutschen. Das ist dann mal so. So, ich brauche noch ein bisschen Licht. Boah, was ist denn hier los? Verdammt. Ich gehe da jetzt hoch. Wenn ich hier nicht bald zurückkomme, dann kriege ich da echt die Krise hier. Was ist da unten? Ach, das Wasser. Keine Ahnung. Whatever. Ja, das so... So ein Kram. Deine ist auch noch Eis. Dann sind wir auch noch mit. Also, es dauert echt nicht mal lange, dann... Habe ich keinen Platz mehr. Jetzt habe ich absolut gar keinen Platz mehr. Jetzt ist es vorbei. Jetzt muss ich hier irgendwo mich hochgraben. Jetzt suchen wir jetzt eine geeignetische Stelle. Und dann einfach nach oben. Egal. Dann suche ich mir Bambus und dann... Oh, ne. Ich gehe da lieber wieder zurück. Und ich mache lieber die Bude hier zu. Ja, das war die falsche Bude. Geh weg da. Jetzt habe ich echt die Nase voll. Jetzt habe ich richtig... Kann ich ja irgendwie mal... ...woanders auch noch hin. So, muss nach Eisen. Weiß ich so oder so nicht kriege. So, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir Cobblestone. Ja, komm, ich nehme Cobblestone. Ist jetzt vollkommen egal. Einfach nach oben. Weil jetzt ist... ...vorbei. Mein Plattenplatz... Der, äh... ...ist auch gleich voll. Das heißt, ich muss nach oben mir Bambus suchen. Und, äh... Ja, ich muss nochmal kurz gucken. Moment. Ich muss das mal... Jetzt wird es langsam echt knapp. Ich habe noch knapp 50 Gigabyte. Und ich weiß, wie viele Minuten ich aufnehmen kann damit. Kann ich euch gar nicht sagen. Ähm... Am liebsten würde ich hier... ...da so eine Fackel setzen. Mir sicher. Obwohl ja... Bringt das so oder so nix. Naja. Egal. Ist mir jetzt egal, wo ich da rauskomme. Ich muss einfach hoch. Das macht da ohne echt keinen Sinn mehr. Ich, äh... Meine... Mein Inventarlas ist einfach nur sowas von voll. Ich habe keinen Platz mehr. Null. Habt ihr ja selber gesehen. Ich kann das hier nochmal zeigen. Wir haben jetzt hier gefarmt. Zweimal 64 Stack, äh... Eisen. Dann haben wir vier... Vier mal 64 Stick schien. Überlegt euch das mal. Wie viel Zeug da unten war. Ähm... Dann haben wir gefunden. Drei Diamanten. Naja. Ist nicht so viel. Äh... Drei... Sechs Kisten mitgenommen. Und hier Melon-Siezen ein paar. Naja. Ist auch nicht so wirklich viel. Aber... Trotz alledem. Schon eine ganze Menge, was wir da gefunden haben. So. Ich hoffe mal. Ich finde dann wirklich den Weg wieder zurück. Mir ist egal, ob das hier, äh... Dings ist oder nicht. Das entsitzt mich jetzt grad mal gar nicht. Ich will das einfach nur hoch. Mich jetzt kein... Kein Nerv mehr. Was ist nun jetzt hier? Ah! Ja, toll. Schieß mich mal ab. Pass auf. Ne? Nur Schwein gehabt. Ich, äh... Geh jetzt einfach nach oben. Warte, bis es hell wird. Oder will ich warten, bis es hell wird? Bin ich in der Nähe von meinem Haus? Ich, äh... Ich glaube nicht. Da ist Bambus. Oh, was ist denn das für ein Schwein? Ja, komm. Ich baue das jetzt mal ab. Weil ich brauch das dringend. Kann mich in der Map grafen. Aua. Also Spinne. Na, ist mir jetzt egal. Ah, mein Inventar ist natürlich voll. Was schmeißen wir weg? Meißen wir... Fählen, dass der Cobblestone weg ist, egal. Muss man das so oder so noch neu craften. Also von daher. So, mit dem ist das Deck wieder voll. Oder ehrlich gesagt, muss ich dann abbauen, nicht craften. Was erzähle ich denn da immer für ein... Mist. Äh, Creeper. Verschwinde. Ich glaube, ich, äh... Verpiss mich mal lieber irgendwo anders hin. Ist egal wohin, einfach weg erstmal. Lieber Schwert ein. Oh, das ist sowieso gleich kaputt. Weg damit. Oh, neues. So. So, wir gehen einfach mal hier hoch. Ist vollkommen egal. Vielleicht finden wir... Ja, wer weiß. Vielleicht finden wir da gleich in der Nähe. Und wir haben... Weiß ich nicht. Immer dasselbe Stelle vielleicht gewesen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir sind... Schon ganz... Ganz schönes Stück weg. Mach dich vom Acker. Will nicht wieder kämpfen. Ich hab jetzt keinen Bock. Ach, geh doch weg, ey. Nerv mich doch nicht. Mach dich weg jetzt hier, verdammt. Kommt bestimmt... Kleiner auf den Kopf. Ich könnte es doch wetten. Mach dich jetzt weg. Ich will doch kein roten Fleisch. Boah, wo bin ich denn hier? Sehe aber meine Landschaft nicht wirklich. Enderman. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, nee. Lass mich in Ruhe. Oh, du sollst mich in Ruhe lassen. Blödes Vieh. Ach, nerv mich doch nicht. Boah. Mach dich vom Acker. Lass mich in Ruhe. Lauf. Amt der Hacke. Lauf doch. Mann, 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 Mann. In der Bar, glaube ich, irgendwie Licht, habe ich es richtig gesehen. Irgendwie was beleuchtet. Ach, so nicht das Sand. Ach, Mist. Verdammt. Ach, nee. Netcreeper. Ach, weg hier. Scheiße. Weg hier. Lauf um dein Leben. Los, weg. Lauf. Amt der Mist. Ich muss weg. Ich muss einfach weg. Bist du irgendwo gleich reingraben. Ah, die sind wir schon. Die folgen mir ja gar nicht mehr. Haha. Ich glaube, wenn ihr jetzt gleich die Schnauze voll habt, dann gehe ich irgendwo auf den Baum. Oder weiß der Geier wohin. Ich glaube, hier oben ist keiner. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe da oben. Hier gehe ich auf den Baum und, äh, weiß ich nicht. Versteckt mir da oben. Ah, hier oben sieht es doch sicher aus. Hoffe ich auch mal. Komm, ich gehe auf den Baum. Ist mir jetzt auch egal. So. Crafting Table. Äh, haben wir da. Dann musst du erst mal gerade mal daraus Papier bauen. Äh, ach nee, oder? Das ist das nicht wahr, oder? Ich brauche noch viel, viel mehr. Mist. Verdammte Hacke. Ach, Mann, wo? Was soll denn das? Kann man ein Bett hier oben aufbauen? Wo ist mein Bett? Hallo? Bett? Ich kann ein Bett mitgenommen. Ach, ist doch alles. Verdammte Hacke. Oh je. Wie lange dauert denn das noch hier? Ah, hier. Was soll man nur machen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich könnte da rüben auf den Berg. Aber ich will doch lieber mal einen Moment noch warten. Gut, ich würde aber trotzdem sagen... Moment, ich muss hier Gott mal was gucken wieder. Naja, es geht noch. Ist noch okay. Da ist ein Creeper. Ne, ich lasse es lieber. Bleibe hier oben. Äh, ich würde einfach sagen... Äh, wir sehen uns dann, sobald es hell ist. Bis, bis dann... Äh, dauert nicht lange, schätze ich mal. Und dann, ja, äh, geht's dann weiter. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich war mir so frei und hab schon mal Gas gegeben. Und da ist mir aufgefallen, wir waren da drüben auf dem Berg. Da drüben waren wir. Und dann, äh, bin ich einfach rumgegangen. Und zwar schnell gejumpt. Und was sehen wir da? Haben wir echt riesen Schwein gehabt. So, ich geh auf jeden Fall jetzt dann... ...zu unserem Haus. Uh, was tut denn? Ja, ne, ist klar. Genau vor mir. Ach, was willst du denn? Ach, leck mich doch. Was willst du denn? Mach dich auf dem Acker. So, dann machen wir da einfach mal den Klee gleich heraus. Aber erst mal muss ich hier das leeren. Das weg, das weg, das weg, das weg. Alles weg, was wir erstmal nicht brauchen. Da können wir grad mal das hier draufstecken. Die Truhen können wir eigentlich auch mal erstmal hier reinlegen. Das ist schon okay so. Die nehmen wir lieber mit. Äh, die Schienen. Die brauchen wir... Upsala. Die brauchen wir so oder so nicht. So, das Fleisch kann raus. Das Eisen kann rein. Das passt dann mit der Kohle. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Halt, das war ein acht. So, dann lassen wir die auch noch putzeln. Ansonsten haben wir erstmal nix. Okay. So, das hier unten können wir auch erstmal nicht gebrauchen. So, und ich würd sagen, ich geh dann schlafen. Ja, ich geh dann schlafen, genau. Hä, hä, hä. Sehr witzig. Äh, ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Abonniert mich. Habt Spaß mit mir. Wir sehen uns beim nächsten Part. Oder in derselben Folge, wie auch immer. Auf jeden Fall schneid ich jetzt hier. Und ehrlich gesagt, mach ich ne Pause. Ähm, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.